Hi und herzlich willkommen! Heute zum vorerst letzten Q&A, denke ich, weil danach alle Fragen beantwortet sind. Daher will ich nicht länger zögern und ich habe auch wieder nur einen Fragesteller, der jetzt hier alle Fragesteller stellt, aber es stellt sehr viele, also hoffe ich, dass die anderen auch was davon haben. Die Fragen kommen von Fall into Madness Mango. Und zwar, erstens, also falls du noch ein weiteres Q&A machen solltest oder vielleicht auch hier beantworten möchtest, erstens, wie oft machst du Sport und wie lange? Ich mache Sport ungefähr dreimal die Woche, meistens 30 Minuten, weil ich länger einfach mittlerweile die Zeit nicht finde und weil ich auch nicht dran habe, mehr Sport zu machen und mehr abzunehmen, weil das sowieso nicht funktioniert. Und weil das keine Priorität mehr von mir ist. Zweitens, warum bist du gegen intermittentes Fasten? Dr. Gregor hält auch viel davon oder glaubst du eher, dass Leute wie zum Beispiel Lars von Rohenergie oder Lea Love Lifting nur damit ihre Essstörungen kaschieren wollen und von einer Diät in die nächste springen, um vom eigentlichen Problem abzulenken? Das ist eine schwere Frage, also zumindest der erste, nein, der zweite Teil ist eine schwere Frage. Der erste, ich habe einen Blogbeitrag, den ich auch gerne nochmal unten drunter verlinke, zum Thema Intermittierendes Fasten geschrieben und warum ich da nichts von halte, also das bringt einfach nicht viel. Ich frage mich, was die Leute von Intermittierendes Fasten wollen, wobei ich habe eine Theorie, was die wollen, aber was Heilungsprozesse im Körper angeht, bringt Intermittierendes Fasten einfach kaum irgendwas. Wenn ihr die Vorteile des Fastens genießen wollt, dann fastet, richtig. Intermittierendes Fasten führt euch da nicht weiter. Wobei Intermittierendes Fasten hilft, und da bin ich auch bei Lars und bei Lea, ist eine Kontrolle auszuüben über das, was man isst. Und warum will jemand Kontrolle über das ausüben, was er isst? Weil ihm die Kontrolle flöten gegangen ist oder abhanden gekommen ist. Er hat das Gefühl von Kontrollverlust, wenn er anfängt zu essen, weil er dann zu viel isst oder mehr isst, als er braucht, um sein Traumbody zu haben. Und das geht mit dem Kontrollverlust einher. Ja, und Kontrollverlust passiert im Fall von Süchten oder im Fall von Selbstmedikation oder so. Und dann sind wir schlussendlich beim Belohnungssystem und bei allem, was die Rausser so lustvolle Challenge kann oder will. Leute dahin führen, dass sie keinen Kontrollverlust mehr beim Essen haben und mit aller Ruhe einfach das essen können, was, wann sie wollen und wenn sie Hunger haben, einfach auf ihren Instinkt hören, das essen, worauf sie Lust haben, trotzdem lange satt bleiben und nicht die Kontrolle verlieren. Und die Kontrolle über Essen sollen ja auch Diäten schlussendlich steuern. Und das alles funktioniert nicht. Man kann Essen nicht von seinem rationalen Verstand steuern, sondern das Belohnungssystem und alles, der ganze Körper, der macht das schon. Der hat die Befähigung dazu über tausende, ich weiß nicht tausende, Aber über mehr als eine Handvoll Mechanismen wird die Sättigung reguliert. Und wenn man Kontrollverlust erlebt und das rational korrigieren will, also gegensteuernde Maßnahmen anwendet, sind wir bei einer Bulimie. Schlussendlich, die sich definiert über die gegensteuernden Maßnahmen gegen das zu viel, was man isst. Und ja, dann bin ich dabei, dass Lars und Lea, Lea hat es mir einfach gesagt, Lars weiß ich nicht, eine Essstörung haben, weil sie einen Kontrollverlust erleiden. Wenn sie essen und wenn sie da gegensteuernde Maßnahmen anwenden, dann würde man das diagnostisch in die Bulimie, also in die atypische Bulimie einsortieren, ohne Purging, also ohne Kotzen. Und wenn man Intermittierendes Fasten nur verwendet, um seinen Kontrollmechanismus aufrecht zu erhalten, der einem verloren geht beim Essen, ist das der falsche Grund, Intermittierendes Fasten zu machen. Wenn man die Vorteile vom Fasten haben will, dann bitte richtig fasten. Dann nach Buchinger oder meinetwegen auch nach Goldhemmer Wasserfasten, ist mir völlig egal, egal ob drei Tage, fünf Tage oder weißt du gar nicht wie lang, dann hat man Vorzüge vom Fasten, beim Intermittierenden Fasten, das ist... Ach, warum kümmern wir dich um so einen Scheiß? Das ist... irrelevant. Ah, okay. Drittens, was ist für dich Seelennahrung? Würdest du eher 200 Gramm Datteln oder einen Esslöffel Mandelnmus bevorzugen, beziehungsweise empfehlen? Es gibt keine Seelennahrung. Seelennahrung ist das nicht. Weder Datteln noch Mandeln. Seelennahrung ist wahrscheinlich Meditieren oder in die Kirche gehen, je nach eigener Konfession, dass man was für die Seele tut. Datteln und Mandeln, das ist Belohnungssystem, das ist Comfortfood, das ist nicht Seelennahrung, das ist Komfortnahrung, nicht Gutfühlnahrung. Aber gute Gefühle kommen nicht notwendigerweise aus der Seele, sondern die kommen auch vielleicht einfach nur aus dem Lustempfinden. Die können rein körperlich sein oder die können einfach nur auf molekularer, biochemischer Ebene am Belohnungssystem sein. 200 Gramm Datteln oder ein Esslöffel Mandelnmus ist beides in den Marken. Was heißt nein? Man sollte nicht nur davon leben und man sollte nicht nur Seelennahrung machen und nicht nur Comfortfood machen. Das sind Sachen wie ein Tüpfelchen auf dem I sind oder die Kirsche auf dem Eis oder so. Aber man sollte sie nicht zu dem Eis machen. Verfällst du hier nur wieder zurück in alte Muster, wie zum Beispiel Rauchen etc.? Ja! Ich verfalle immer mal wieder zurück in alte Muster, wenn ich in Situationen komme, in Konflikte komme und nicht sofort in der Lage bin, da eine entsprechende Konfliktbewältigungsstrategie anzuwenden. Das passiert, wenn, keine Ahnung, schlagartig große Trauer kommt oder schlagartig großer Stress oder irgendeine Überforderung. Das kann durchaus sein, dass ich im totalen Stress oder nach einem Streit oder sowas von irgendjemand auf der Straße eine Zigarette schnuchle, weil die schlechte Gefühle wegmacht. Das ist Seelen... eine Seelensubstanz, genau. Die aktiviert das Belohnungssystem und dann macht, dass man sich gut fühlt. Ja, das passiert. Meine Strategie ist dann schlussendlich zu versuchen, dass ich in keine sich unwohl anfühlenden Situationen mehr komme oder dass ich die vermeide. Dass ich mich nicht in Situationen begebe, wo ich mich unsicher fühle. Dass ich Leuten aus dem Weg gehe, die mich verunsichern. Und solche Sachen. Das ist mit Sicherheit nicht die beste Lösung, denn eigentlich sollte ich einen besseren Konfliktbewältigungsmechanismus lernen irgendwann mal und nicht den gelben Mechanismus, den ich die letzten 30 Jahre genutzt habe. Wer auch zu einem Kontrollverlust führt. Dann übrigens. Weil es über das Belohnungssystem geht. Ja, und ich habe das Problem noch nicht schlussendlich komplett gelöst. Das heißt, dass ich manchmal zu viel Alkohol trinke, dass ich gelegentlich zu entgewinnen mit Zigaretten schlurre. Oder dass ich Schokolade kaufe. Aber das passiert nicht oft. Also das passiert je nach Substanz zwei bis fünf Mal im Jahr, würde ich sagen. Wie stehst du zu Dr. Berg hier auf YouTube, der viel Tierprodukte empfiehlt und eher in Richtung ketogene Diät geht. Aber doch recht plausibel und auch meist wissenschaftlich belegte Videos abdreht. Oder wie nur der nächste Low-Carb-Kurie. Ich kenne Dr. Berg nicht. Und mich interessieren auch alle Leute, die viel tierische Produkte empfehlen. Nicht, weil ich weiß, dass die nicht gesundheitsförderlich sind. In keinster Weise, ich habe genug Daten dazu gesehen. Ich habe genug Beweise an Menschen gesehen, die einfach davon profitieren, wenn sie tierische Produkte runterschrauben oder gar ganz streichen. Zumindest für die Hauptzivilisationserkrankung. Also ich denke, man kann in manchen Fällen vielleicht zu einer ketogenen Ernährung greifen. Vor allem dann, wenn man Epilepsie hat. Weil es da wirklich nachgewiesen ist, dass das die Symptome lindert. Aber man muss ketogene Ernährung dann auch nicht mit viel tierischen Produkten machen. Na, also, nee. Tierische Produkte gehen nicht. Tierische Produkte gehen, aber ich habe da ein Video drüber gemacht. Aus vier Gründen nicht. Tierische Produkte schaden dem Menschen. Physisch. Der wird krank davon. Tierische Produkte schaden dem Planeten, weil 15% der Treibhausgase nur von Rindern, nur durch die Rinderzucht auftauchen. Tierische Produkte schaden dem Tier, das mit Sicherheit nicht tot sein will, sondern eigentlich auch ein amüsantes, spaßiges Leben haben will. Tierische Produkte schaden der Schulmedizin und der Wirkungsweise von Antibiotika, weil dadurch mehr Resistenzen kommen. Und wir können dann nicht mehr die ehemals tödlichen Krankheiten, an denen wir alle gestorben sind, die wir jetzt mit Antibiotika bekämpft haben, wir können die dann nicht mehr eindämmen. Das könnte ein Riesenproblem werden. Also tierische Produkte weg. Wer ketogen leben will, kann für gewisse Sachen von Vorteil sein. Aber der kann das auch vegan machen. Glaubst du, dass Kinder bestimmte Süchte ihrer Eltern erben können, beziehungsweise mit in die Wiege gelegt bekommen? Alkohol, Rauchen, Zucker, Drogen etc. Ich glaube, dass man genetisch zu wenig Rezeptoren für Serotonin, Dopamin oder sonstige Sachen haben kann. Das wurde zumindest bei Diabetikern, bei Typ 2 Diabetikern schon mal überprüft, weil man sich gefragt hat, warum essen die eigentlich so viel? Warum essen sie mehr, als sie brauchen? Und die meisten, also ein Großteil dieser Typ 2 Diabetiker waren tatsächlich mit so wenig Dopaminrezeptoren ausgestattet. Wobei man dann ja nicht weiß, kommt das jetzt daher, weil die so viel essen und so viel Dopamin ausgestattet, sodass der Körper die Anzahl der Rezeptoren runterreguliert. Oder ob die von vornherein schon genetisch zu wenig Dopaminrezeptoren haben. Oder vielleicht auch beides. Menschen mit zu wenig Dopaminrezeptoren kommen eigentlich in unserer Welt nicht schlechter zurecht. Aber die reagieren dann eben noch intensiver auf die Substanzen, die es halt eben gibt, die wir künstlich erfunden haben, um das Belohnungssystem zu aktivieren. Was anderes ist es dann nochmal, wenn die Mutter, sagen wir, keine Ahnung, irgendwie ein Rauschgift genommen hat, gekufzt hat oder Heroin gespritzt hat oder sowas in der Art. Und das auch gemacht hat, während sie schwanger war. Dann ist das Kind automatisch mitsüchtig. Und wenn jetzt so eine Mutter auf die Idee kommt, dann zum Beispiel zu sagen, ich steige daraus aus, ich mache jetzt ein Methadonprogramm, dann bleibt das Kind gleichzeitig mit der Mutter auch weiterhin, also wenn es im Bauch ist, Methadonabhängig. Und wenn das Kind dann auf der Welt ist, muss das Kind auch dem Methadon entwöhnt werden. Im Idealfall reguliert sich die Anzahl der Rezeptoren wieder entsprechend raus. Aber ich würde schon glauben, dass so ein Kind anfälliger für Süchte überhaupt ist. Nicht die spezifische Sucht, die das Elternteil auch hatte, sondern überhaupt grundsätzlich für Süchte. Jeder guckt da nach seiner Präferenz oder auch vielleicht danach, was ihm begegnet. Und ja, das war's. Also, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich irgendwas nicht beantwortet habe, gerne unten drunter. Dann mache ich nie weiteres Q&A. Ansonsten vorerst nicht. Komme zu aller Themen als meine Meinungen und Vergangenheit. Ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr keins mehr der Videos verpassen wollt, dann abonniert mich. Und ansonsten sage ich tschau. Bis bald. Bis Elke.